Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 2.1.2020 und damit den ersten Handelstag wieder im neuen Jahr. Demzufolge auch die erste Analyse im neuen Jahr und da bleibt mir nur zu sagen, dass ich Ihnen allen ein gesundes und ganz besonders erfolgreiches Jahr 2020 wünsche, drücke allen die Daumen, dass das, was sie planen, dass sie das, was sie machen, dass sie das, was sie sich vornehmen, so auch durchgehalten und durchgezogen bekommen, dass der Markt schön mitspielt, uns gute Volatilität bringt, viel Bewegung, es stehen ja auch einige Sachen noch aus, die Zölle mit China, die sind noch nicht endgültig geklärt, wir haben ein Wahljahr in den USA, wir haben das Brexit-Thema, was wir noch ein bisschen vor uns herschieben, was auch im Februar, März noch mal attraktiv wäre oder markant werden dürfte, wo naja steht, denke ich, eine gute Zeit bevor, Bewegung steht bevor und vielleicht kommt auch noch die eine oder andere Überraschung seitens EZB oder wem auch immer noch mit hinzu. Ich denke, da ist einiges gefeilt, was auf uns zukommt und ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie da das Maximale rausgezogen bekommen. Wenn wir uns den DAX mal so vor Augen führen, was der uns jetzt hier zum Jahresabschluss noch mal vor die Füße gesetzt hat, war das schon eher fast frech. Ich hatte mit vielem gerechnet, aber dass er komplett die Variante bis nach unten ins Letzte durchspielt, war so nicht meine Erwartung. Wir hatten, also was heißt meine Erwartung, also ich habe nicht damit gerechnet, wir hatten in der Analyse ja trotzdem drüber gesprochen, weil eben die Option sich aufgezeigt hatte, dass es eben auch immer wieder das Schöne an der Chart-Analyse, dass man sich einfach immer diese Muster, es letztendlich immer das Gleiche ist, was hier passiert und dass man auch immer gleich rangehen kann und das dann vor Augen gesetzt bekommt. Wir hatten hier gesprochen über so einen Channel, der als mögliche Option im Raum bestünde, wenn der DAX hier eben nach unten wegrutschen würde und das hat er getan. Er hat nicht direkt nach oben reagiert, er hat nicht die 350 geholt, er hat sich nicht über 300 weiter etablieren können, er hat direkt unter 300 gestartet, von dort eigentlich nur runtergearbeitet. Dann sah das hier ganz gut aus, dass wir im Bereich um 200, 250 hier eine Drehung nach oben reinbekommen, die wollte auch nicht aufgreifen, er hat sich dann relativ schwach gezeigt und ist dann mit den Amerikanern, mit der Öffnung der Amerikaner hier auch deutlich runtergerutscht, hat sich unter die 13200 dann sogar noch gelegt und hier dann den Short Trigger aktiviert, der ja Platz bis eben 13.140, 13.100 gegeben hatte. Hier hat man gesagt, wäre so der untere Bereich, dass der Markt hier einfach unten an die Flackenkante dran sticht. Dann hat man auch im Premium Dienst geschrieben, dass man da vorsichtig sein sollte, dass da gegebenenfalls nochmal ein weiteres Tief kommen kann. Wir haben hier bei IG, da werden ja die Kurse gezeichnet, die ich hier für das Chart Tool nutze, haben wir am Dienstag noch Kursbewegungen gezeichnet bekommen, taxiert bekommen, bei denen jetzt der untere Channel erreicht wurde, bei denen ein neues Tief gesetzt wurde, eben unter dieses Montagstief. Damit wäre das eigentlich schön ausreichend, ein schönes Dienstagstief, könnte jetzt nochmal bis Donnerstag, Nachmittag, Freitag für eine Kurserholung sorgen. Kurserholungsziele hat man hier aus dem Pfeil, aus dem Trigger heraus im Bereich um 13.190, 13.170 gesucht. Ein weiteres Ziel wäre dann die 13.250. Das heißt, ich würde jetzt hier entsprechende Potenziale erstmal nach oben sehen, würde sagen, er hätte jetzt hier schon die Möglichkeit, sich ein bisschen zu erholen. Schauen wir mal, dass wir hier irgendwo einen Andersrum-Pfeil finden. Da hinten. Dann kann man den nämlich gleich hier reinziehen und kopieren, denn das sind nun die interessanten Bereiche hier. Das schaut insofern dann erstmal ganz positiv aus oder ganz zuversichtlich, ganz optimistisch sollte man aber nicht sein, ganz optimistisch sollte man nicht sein, denn das ist, das wird kein leichtes Spiel. Das wird nicht leicht. Das kam jetzt schon am Montag mit deutlicher Schwäche. Das könnte ein bisschen verunsichern, das könnte ein bisschen Unruhe auch reinbringen und demzufolge wäre es natürlich, wenn wir auch Abgaben sehen, gerade wenn Schieflagen von hier oben dann doch nochmal um kurzfristig ausgelöst werden. Also das sind die wichtigen Reaktionspunkte oben. Das ist die 2.50, das ist die 13.170, 13.190, das sind die 2 mir am wichtigsten Punkt, die 2 mir wichtigsten Punkte nun für den Donnerstag. Und Reaktionsspielraum hätten wir von oben gut und gerne bis 13.120 sogar. 13.100 im weitesten bis dann Unterkante 13.080. Von oben denke ich, hätten wir Platz bis auf die 13.190 dann, wenn wir an der 2.50 waren. Und alles, was dann drüber geht, über 13.250 wäre in meinen Augen dann eine deutliche Deeskalation der Situation. Und Deeskalation würde bedeuten, dass man dann sehr wahrscheinlich hier an die 13.300, dann später an den oberen Flackenkante, an die oberen Flackenkante und dann da auch rausgeht. Aber dafür muss er erstmal da oben ran, dafür muss er das erstmal überbieten. Und solange das nicht ist, ein bisschen Vorsicht, ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen aufpassen. Interessant wird es jetzt auch, wie die ersten drei Tage des Jahres hier verlaufen, wie der Markt sich so stellt. Aber warte mal, ich zeige es nochmal lieber noch unterseitig das noch mit ein hier, dass sie eben auch, dieser Bewegungsspielraum da ist und dass man auch das hier ganz klar mitnehmen muss, bricht der DAX uns hier unten nämlich weg. Heißt es, Obacht, Vorsicht, Alarm, dann wäre nämlich hier gut und gerne Platz bis 12.59, 12.900, 12.800, da ist nach unten einiges dann drin. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Ja, damit haben wir die Reaktionspunkte, denke ich, ganz gut abgesteckt. Was ich jetzt noch sagen wollte, Tageschart ein bisschen beachten. Wie kommen die ersten Tage rein? Es gibt viele Börsenregeln, die darauf beruhen, wie die ersten Tage sind, so wird das ganze Jahr. Das heißt, da sehen natürlich auch einige Akteure ihre Chance durch komische Bewegungen die Masse ins Boxhorn zu jagen oder eben auch nicht für sich eben das günstigste rauszustellen. 2019 sind wir gestartet. Wir sind rausgegangen, wenn wir das uns in Erinnerung halten, hier auf dem Niveau um die 10.600, 10.650 sind mit einem Abwärtsgap reingekommen, in einem deutlichen sogar, um die 10.500 rum, sind dann gute 150 Punkte nach oben gerannt, um am nächsten Handelstag unter der vorherigen Tageseröffnung zu eröffnen und dann sogar rot zu schließen, um am nächsten Tag über der vorherigen Tageseröffnung zu eröffnen. Also hin, her, hin, her, immer wieder große Gaps in völlig andere Richtung und dann gab es hier so eine 300-Punkte-Kerze nach oben raus, die dann letztendlich die Kursparty 2019 eingeleitet hatte. So gesehen relativ einfach, halten Sie sich an die ersten drei Tage. Ich glaube, also mir ist es persönlich in 2019 ein bisschen schwieriger gefallen, hier bis April diese richtig krasse Kursbewegung da mitzunehmen, diese Erholung, diese 1400 Punkte, die sich der DAX hier rausgespult hat. Aber so sind die Börsenregeln halt. Das richtet sich nach den ersten Handelstagen, nach der ersten Woche, nach dem ersten Monat. Da gibt es verschiedene Varianten, verschiedene Auffassungen. Der eine mag das eine lieber, der andere das andere. Wichtig ist, dass sie es gehört haben, dass sie es im Hinterkopf haben, dass Leute sowas beachten, auch größere Marktteilnehmer, institutionelle Kunden und Anleger und man sollte deswegen hier auch mit drauf achten. Jetzt, sich die ersten drei Tage zeigen. Dieses Hoch-Runter-Hoch-Runter, was wir 2019 gesehen haben, ist sinnbildlich für die ganze Bewegung, die wir in 2019 hatten. Das war ja doch ein bisschen bewegter. Nicht viel anders wird es wahrscheinlich jetzt in 2020 werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da auch deutliche Risse drin haben werden. Aber wir haben auch viel Übertreibungsspielraum. Also schauen Sie sich mal meine Jahresanalyse an, die ich gemacht habe heute auch, ist auch mit auf dem Kanal. Da gehe ich ein bisschen darauf ein, insbesondere von den Amerikanern geht mir da der Impulsgeber eigentlich aus, der da wirklich Platz gibt für ein Übertreibungsjahr. Und das kann sehr einfach werden zu traden halt, wenn man denn mit dem Trend dann noch mitgehen kann. Wenn man sich denn dann noch traut, auch vielleicht oberhalb von einer 13.600 noch einen Long zu suchen und so weiter. Aber das haben wir alles besprochen in dem Jahresausblick-Video. Schauen Sie sich das da an. Hier wird jetzt erstmal wichtig, was macht er. Wir haben ja immer noch letztendlich einen aktivierten Long-Trigger, auch der schon wieder brachial schlecht, also schlechter als schlecht genommen, angelaufen. Es ist ein neues Hoch, also der Trigger ist aktiviert. Das ist auch keine Erfindung von mir, das macht man so. Ein neues Hoch ist in dem Sinne Trend bestätigend, aber der macht es nicht, der verkauft es ab, machte Fehlsignale, nachdem wir unten schon Fehlsignale hatten. Bisschen komische Situation. Sollte man jetzt vorsichtig sein, kriegt man nämlich jetzt hier noch neue Tiefs drunter unter der 12.950, würde das dann erstmal einen Rückgang initiieren, der dann bis 12.500 gehen dürfte hier. Dann wäre wieder in dem Trigger-Trend hier, der wäre dann wieder gültig und der DAX hätte dann Platz bis 12.500, wenn er sich hier nicht gefangen kriegt, wenn er hier weiter rutscht. Deswegen wird es sehr, sehr wichtig, wie er sich jetzt die ersten drei Tage hier zeigt. Oder die ersten fünf oder die ersten sechs, je nachdem. Für welche Regelmann sich entscheidet. Also ich glaube, Donnerstag haben wir jetzt Freitag und ich denke, am Freitag sollte schon ein klares Bild drin stehen. Dann haben wir hier die ersten wichtigen Handelstage drin. Dann könnte man nochmal schauen, am 10. ob sich das bestätigt oder komplett auskontert. Dann wird man wahrscheinlich schon eine gute Tendenz drin haben. Das heißt, Tagesschart sieht müllig aus, passt nicht, viele Fehlsignale, nicht schön zu greifen gerade, nicht sehr verlässlich auch. Stellen wir erstmal zurück, behalten im Hinterkopf unter 13.60 sogar, unter 13.50 sogar für unseren DAX eher Risiko und über im weitesten 13.3.80 Chancen. Und ich glaube, wenn man da jetzt vielleicht noch die ersten paar Stunden, Tage abwartet und sich dann da mitkommt, dürfte man auch wieder in den Trend reinkommen und könnte denen dann folgen. Da sollte man sich noch ein bisschen gedulden. Also wir haben jetzt hier seit Anfang November dieses Geschiebe auf der Seite. Wir sind auch immer in diesem Niveau, sie sind auch immer in dieser Range. Und auf ewig würde das auch nicht durchhalten. Das sind jetzt schon über zwei Monate. Und dann hier auch bald mal wieder rauslösen. Das ist vollkommen ausreichend, zwei Monate. Wäre ungewöhnlich, wenn es jetzt drei Monate noch, wenn er dann immer noch in der Range steht. Also das sieht man dann doch eher seltener. Von daher, das soweit der Blick. Für Donnerstag demzufolge hier die Bereiche alle relevant. Haben wir jetzt drüber gesprochen. Die sind, denke ich, klar. Also 13.80, 13.100 ist auf der Unterseite super interessant. Oben die 13.170, 13.190 sehr interessant. Und die 2.50. Das sind so die wichtigsten Punkte für mich zum Donnerstag. Und eben die 13.50 hier. Als Trigger letztendlich dann. Short oder long. Gut. Dann mache ich jetzt hierzu. Wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen zum Donnerstag. Und wir hören uns dann morgen wieder. Ciao. Ciao.